Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau Bundeskanzlerin, Sie haben am gestrigen Tag die Kraft und die Größe gehabt, eine Entscheidung zu revidieren. Dafür ist Ihnen Respekt gezollt worden. Die Rücknahme der Entscheidung zur Osterruhe war richtig. Wegen der Fragen der technisch-rechtlichen Umsetzung, wegen der mangelnden Akzeptanz dieser Maßnahme in der Bevölkerung allerdings auch. Die Krisenpolitik darf sich nicht von der Lebenswirklichkeit der Menschen entfernen. Wir wissen, dass, wenn man eine Schraube anzieht, immer weiter anzieht, nach fest kommt ganz locker. Wir sind darauf angewiesen, dass die Menschen die Regeln verstehen, für logisch und verhältnismäßig halten und sie deshalb auch aus eigener Entscheidung befolgen. Vor allen Dingen hat sich bei der Frage der Osterruhe aber auch die Frage der epidemiologischen Notwendigkeit gestellt, ob es tatsächlich eine wirksame Entscheidung ist. Da haben Sie selbst Zweifel angemeldet. Deshalb war es richtig, diese Entscheidung für die Osterruhe zurückzunehmen. Freiheitseingriffe sollte es nur dort geben, wo sie wirklich notwendig sind. Bei allen gesundheitlichen Risiken müssen wir die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Pandemiepolitik stärker berücksichtigen. Sie haben, Frau Bundeskanzlerin, für die Entscheidung zu Osterruhe die Verantwortung auf sich genommen. Das ist honorig. Aber das bringt uns in der Sache nicht weiter. Auch andere tragen dafür mit Verantwortung. Auch die Persönlichkeit mit den größten Gaben kann nicht auf Dauer alleine die Last der Verantwortung tragen. Das müssen andere mehr machen, nicht nur die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Wenn ich höre in den letzten Tagen, welche Kritik auch öffentlich aus den Reihen der Unionsfraktion an Ihnen geäußert worden ist, Wenn ich in Erinnerung rufe, wie Ihr Koalitionspartner SPD bisweilen so auftritt, als habe er mit der Regierung gar nichts mehr zu tun, dann stellt sich auch hier die Frage der gemeinsam getragenen Verantwortung. Übrigens war so mein gestriger Hinweis auf die Option der Vertrauensfrage zu verstehen. Sie erlaubt ja eine neue Konzeptualisierung von Politik und ist die Möglichkeit, wieder Disziplin herzustellen. Ich habe keinen Zweifel, dass sich Ihre Koalition hinter Ihnen versammeln würde. Die Grünen haben sie sowieso auf Ihrer Seite. Die Osterruhe und die Entscheidung, die Debatte darüber, wirft indessen aber auch ein Licht auf das Verfahren des Krisenmanagements, ja vielleicht muss man sogar mehr sagen, auf die Staatspraxis der vergangenen Jahre. Showdown-Situationen in Koalitionsausschüssen mit nächtlichen Sitzungen und spontanen Entscheidungen. Dieser Entscheidungsmodus, Kollege Mützenich, führt auch dazu, dass zum Beispiel Landesregierungen und die sie tragenden Koalitionen gar nicht einbezogen werden können. Ihre Ministerpräsidentin Malu Dreyer zum Beispiel hat bei der letzten Ministerpräsidentenkonferenz die Unterrichtung des Ministerrates nachts, wo Grüne und FDP informiert werden sollten, zum Beispiel abgesagt. Wenn wir ein anderes Verfahren wählen, ich komme gleich darauf zurück, dann wäre das besser möglich. Dieses Verfahren, das bislang gewählt wird, führt systematisch zu falschen Abwägungen. Ich rufe aus der jüngsten Vergangenheit nur beispielsweise die plötzlich erfundene Senkung der Mehrwertsteuer in Erinnerung, die in der Sache nichts gebracht hat und die heute auch niemand vermisst. Es ist fraglich, ob die erfahrene Weltpolitikerin Merkel in den vergangenen Jahren nicht zu viel von der internationalen Gipfeldiplomatie in unsere nationalen Kontexte gebracht hat, als der Sache hier hilft. Es ist jetzt deshalb, meine Damen und Herren, Anlass und Gelegenheit für einen doppelten Neustart der Pandemiepolitik. Ein Neustart zunächst im Verfahren. Die Evolution der Regierungsformen hat eine Antwort gefunden auf die zunehmende Komplexität der Entscheidungsgegenstände von Politik. Die Antwort heißt parlamentarische Demokratie. Wir sollten mehr von parlamentarischer Demokratie wieder in unserer Republik praktizieren. Konkret schlage ich vor, Frau Bundeskanzlerin, dass Sie vor jeder Ministerpräsidentenkonferenz eine Regierungserklärung in diesem Haus abgeben, um die Grundlinien Ihrer Pandemiepolitik zu erläutern und dann in diesem Parlament darüber eine Debatte zu ermöglichen. Das führt systematisch dazu, dass Entscheidungen kritisch abgeklopft werden. Ich beziehe das jetzt gar nicht nur auf die Fraktion der Freien Demokraten. Auch der Kollege Fraktionsvorsitzender der Union, Herr Brinkhaus, hat ja regelmäßig in den Debatten Vorschläge unterbreitet, die zu oft dann aber folgenlos geblieben sind. Debatte ist ein Instrument der Qualitätssicherung hier im Parlament. Und deshalb sollten wir das systematisch wieder nutzen. Im Übrigen, bei dieser Gelegenheit will ich gleich sagen, dankenswerterweise reden wir jetzt ja über Reiseverbote. Reiseverbote, das ist gestern ja in den Raum gestellt worden, dass Sie es prüfen. Jetzt haben wir mal die Gelegenheit, bevor eine solche Entscheidung getroffen worden ist, hier zu sprechen. Ich sage Ihnen die Haltung der FDP. Ich rate Ihnen von pauschalen Reiseverboten ab. Setzen Sie auf Tests. Nicht nur sind Reiseverbote in Deutschland historisch belegt. Darüber hinaus entsprechen Sie wiederum nicht der Lebenswirklichkeit vieler Familien. Es gibt mildere Mittel, um das Ziel der Pandemiebekämpfung zu erreichen. Und auf der anderen Seite, ein Neustart, Frau Merkel, in der Strategie. Bislang wurde immer gesetzt auf das Prinzip, wir bleiben zu Hause. Mehr noch kann man sagen. Der Appell, Opfer zu bringen, stand im Zentrum. Es waren die Mittel der Zentralverwaltungswirtschaft, mit der die Pandemie gemanagt worden ist. Das ist nicht nur fragwürdig von den Ergebnissen. Es ist auch eine Gefahr, weil das eine Einladung zur Vetternwirtschaft sein konnte. Übrigens, ich halte es für falsch, wenn die Grünen pauschal von Unionsfilz sprechen. Es stärkt nicht unsere politische Kultur, wenn man individuelle Verfehlungen zur Charakterfrage einer ganzen Partei macht. Das sollte man nicht tun. Aber umso mehr ist es jetzt erforderlich, auch innerhalb der Bundesregierung zu fragen, was eigentlich aus den Einflussnahmen geworden ist. Ich habe keinen Zweifel daran, dass hier alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Es wäre aber sinnvoll, Frau Bundeskanzlerin, wenn Sie durch einen Sonderermittler mit richterlicher Unabhängigkeit, der Akten einsehen kann, für die Öffentlichkeit Transparenz machen, dass im Bundesministerium für Gesundheit bei den Beschaffungsprozessen alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Wir brauchen, darauf will ich hinaus, eine andere Pandemie-Politik auch in der Strategie. Weg von Wir-bleiben-zu-hause, von der Zentralverwaltungswirtschaft hin zu Vertrauen und zu marktwirtschaftlichen Lösungen. Was heißt das? Was heißt das? Es heißt Vertrauen darauf, dass Handel, Gastronomie, Tourismus, Hotellerie, Kultur und Sport wirksame Hygienekonzepte entwickelt haben, die sie im eigenen Interesse achten und umsetzen wollen. Vertrauen wir also den Betrieben, dass sie in der Lage sind, ihre Kundinnen und Kunden zu schützen. Machen wir das Vorliegen eines Schnelltestes zur Voraussetzung dafür, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Und Frau Bundeskanzlerin, ich sage Ihnen, wenn für die Menschen mit einem Schnelltest verbunden ist, dass sie zum Beispiel wieder an kulturellen Veranstaltungen teilnehmen können, dann wird ohne staatliche Lenkung einfach aus der gesellschaftlichen Mitte mit Erfindergeist hinaus mehr Testkapazität geschaffen. Vertrauen wir stärker auf die kommunale Ebene. Wenn der Landkreistag, das ist ja jetzt nicht eine Oppositionspartei, wenn der Landkreistag ebenfalls einen Neustart fordert, weg von den Inzidenzwerten und mehr regionale Differenzierung fordert, dann ist das doch richtig. In Bayern muss jedes Modellvorhaben von der CSU-Staatsregierung genehmigt werden. Da ist gar nicht die regionale Eigenverantwortung stark. Alles muss zentral aus München genehmigt werden. Also stärken wir die Kommunen. Und nicht zuletzt kommen wir bitte zu mehr Pragmatismus beim Impfprozess, und zwar jetzt. Hausärztinnen, Fachärzte, auch in großem Umfang. Ich verstehe das Eigeninteresse der öffentlichen Hand an den Impfzentren. Wir können aber mehr Tempo aufnehmen, wenn wir mit Pragmatismus die Praktikerinnen und Praktiker in diesen Prozess einbeziehen. Frau Bundeskanzlerin, Sie sprechen heute mit dem amerikanischen Präsidenten im Format des Europäischen Rates. Ich schlage vor, dass Sie das Angebot unterbreiten, zu einem speziellen EU-USA-Impfgipfel zusammenzukommen. Die Vereinigten Staaten haben Impfdosen, die sie selbst im Inland nicht verwenden. Hier besteht die Möglichkeit der Kooperation. Das ist besser, als über Exportverbote in der Europäischen Union nachzudenken. Und vor allen Dingen sollte, kann und muss mit den Vereinigten Staaten darüber gesprochen werden, wie beide, USA und Europäische Union, der geostrategischen Impfpolitik Russlands und Chinas mit Blick auf die Schwellenländer auf den afrikanischen Kontinent eine Antwort geben. Wir sollten das China und Russland nicht allein überlassen. Mein letzter Gedanke zu Next Generation Europe mit Ihrer Erlaubnis, Herr Präsident. Ich bringe es auf einen kurzen Punkt. Es kostet nicht viel Mühe, Gründe zu finden, warum man Next Generation Europe und der EU-Wiederaufbaufonds jetzt nicht zustimmen wollte, Konjunktiv, beispielsweise die Unterschätzung des Binnenmarkts. Da bräuchten wir Impulse. Wir können ja nicht nur im Format der staatlichen Investitionen und der öffentlichen Ausgaben denken, wenn wir Wachstum wollen. Da wäre im Binnenmarkt mehr möglich gewesen. Aber dennoch ist es ein guter Schritt, in der Pandemie zusammenzuhalten. Im letzten Jahr haben die sogenannten Sparsamen Vier auch Veränderungen herbeigeführt. Konditionalität der Mittelauszahlung. Die Sparsamen Vier haben erreicht, dass das europäische Semester, also Reformvorhaben, mitgedacht werden beim Auszahlen. Ich habe im Juli des letzten Jahres aufgrund der politischen Freundschaft zu Herrn Rütte geschrieben, Mark Rütte sei der eigentliche Nachfolger von Wolfgang Schäuble. Mir ist schon klar, dass im Regierungshandeln die Bundesrepublik Deutschland im Sinne auch einer dienenden Führungsrolle nicht an die Seite nur der Flügel vorgehen kann. Aber so einseitig, wie sich Ihre Regierung den Vertretern mediterraner Finanzpolitik genähert haben, sollte das zukünftig nicht fortgesetzt werden. Und deshalb, Herr Präsident, mein letzter Satz. Ich persönlich werde zustimmen, aber aus anderen Gründen als Herr Scholz. Alles, was Herr Scholz rühmt am europäischen Wiederaufbaufonds, gemeinsame Schulden und gemeinsame EU-Steuern, wollen wir in der Zukunft politisch verändern. Und das passiert in den nächsten Jahren. Vielen Dank.